TE ist ein global agierendes Unternehmen und es ist eines der top innovativsten Unternehmen und dementsprechend ist es für jeden Neuankömmling ein unheimlich wertvoller Arbeitgeber. Wir haben ein sehr breites Angebot, Werkstudententätigkeiten, Praktika, Masterthesis, Bachelorthesis, Direkteinstieg und wir bieten auch in diversen Funktionen Rotation-Programme an. Ein Trainee-Programm bietet dir die Möglichkeit, mit relativ kurzer Zeit ein Netzwerk aufzubauen. Da wir hier bei TE Connectivity sprechen, reden wir von einem internationalen globalen Konzern und mir war es wichtig, dann auch in den 15 Monaten, in denen ich das Programm durchlaufen habe, verschiedene Standorte kennenzulernen, im Ausland sowie im Inland. Und zu guter Letzt bietet dir das Trainee-Programm auch die Möglichkeit, externe Schulungen wahrzunehmen sowie einen Mentor bekommt man an der Seite gestellt in den 15 Monaten. Für mich ist es besonders, dass wir von Tag 1 an aktiv ins Tagesgeschäft eingebunden wurden und so Theorie und Praxis optimal verbinden konnten. Besonders ist, dass ich täglich abwechslungsreiche Arbeit habe und vor neue Herausforderungen gestellt werde. Ich finde es toll, dass ich hier bei TE die Möglichkeit habe, mit Menschen aus den verschiedensten Ländern und auch aus den verschiedensten Kulturen zusammenzuarbeiten. Also das war einer der vielen Gründe, weshalb ich mich für TE entschieden habe und das macht das Ganze auch wirklich einzigartig für mich. Für mich ist es besonders, dass ich auch als Werkstudentin direkt in Projekte mit einsteigen durfte und auch selbstständig zum Teil was übernehmen durfte. Und das ist einfach super. Was ich auch immer wieder von unseren jungen Mitarbeitern höre, ist, dass es sehr, sehr herausfordernd ist, mit Top-Kunden zusammenzuarbeiten, die gleichzeitig Innovatoren darstellen und das schon im jungen Alter. Arbeitnehmer können heute für den Medizinbereich, morgen für Automobil oder auch übermorgen für Aerospace, das heißt für die Flugzeugindustrie, Produkte entwickeln bei uns. Wir sind wirklich stolz darauf, so viele junge Leute bei ihrem Berufseinstieg zu begleiten. Und es ist toll, wie viele Leute wir schon kennengelernt haben, zu uns, zu TE Connectivity geholt haben und sie mit den richtigen Talentförderungs- und Entwicklungsprogrammen zu einer Bombenkarriere verholfen haben. Wir sind wirklich stolz darauf, so viele junge Leute bei uns,